ja ist das was mein liebungser bädels ich begrüße euch zur wochenplanung für die kommende woche ja heute wieder etwas spät geworden ja ich war den halben tag nicht da weil ich war bei verwandten deshalb heute etwas spät wieder die wochenplanung ist aber nicht so schlimm hier ist auch wieder die wochenplanung wir fangen mal an und ja ich würde sagen legen wir los montag kommt die müßdiblume ja die müßdiblume die hatten wir sehr lange nicht mehr und ich bin froh dass dieser wunsch mal wieder kam für die müßdiblume jetzt so gerade meine nase wie sonst was sorry und ich war echt froh dass diese wunsch mal wieder kam für die müßdiblume weil die hatten wir wirklich lange nicht mehr möchte mal sehen was ich mit der wieder reißen kann und ja auf die runde freue ich mich auf jeden fall am montag schon und ich hoffe ihr euch auch so kommen wir zum dienstag dienstag kommt einmal wieder der landschaftsformat den hatten wir auch sehr lange nicht mehr ihr merkt schon wieder zwei charaktere die ich lange nicht mehr hatte die spiel ich natürlich immer sehr sehr gerne ja landschaftsformat ich glaube den hatten wir noch nicht so oft im let's play wenn ich da so meine liste rein schaue die ich gerade natürlich nicht offen habe ich habe mir nämlich eine liste angefertigt die ich bald mal in einem separaten video veröffentlichen werde oder das zwar in dieser rumplanung mit einbeziehen aber a habe ich dafür zu heute keine zeit mehr das zu machen und b glaube ich nicht dass ich das hier irgendwo noch einmal einbinden könnte weil die der screen hier und da und da und da überall ist schon voll genug ich wüsste nicht wo ich die information reinpacken soll daher mache ich dazu ein separates video dann seht ihr mal wie oft kam was im let's play vor hätte die jetzt mal gerade kurz nebenbei öffnen damit ich die mal hier gerade einsehen kann den hatten wir noch nicht allzu oft ich habe die mal auf dem linken bildschirm angemacht sekunde ich guck mal der landschaftsformat kam erst insgesamt viermal in einzelfolge und einmal in der kombination das heißt der ist auf jeden fall mal wieder überfällig der kollege und ja dann würde ich sagen kommen wir zum mittwoch mittwoch kommt aber mal wieder was das hatten wir schon recht oft eigentlich wenn ich sogar schon sehr oft ich sehe sogar das hatten wir sogar erst vor kurzem eigentlich wieder folge 421 da kam nämlich die zukunftskarakter schon wieder egal spielen wir die halt noch einmal in zukunftskarakter die ich mich aber ich spiele ich aber sehr sehr gerne ich merke sogar das komme ich die zukunftskarakter mit einem charakter ist dann quasi gleich dass der kann ich schon am meisten bis jetzt kam im let's play wird ich auch mal direkt erwähnen an der stelle jetzt kommen am meisten im let's play die meisten folgen einzelfolgen hatte bis jetzt der chemiker der kam nämlich schon elf mal dran und die zukunftskarakter kommt jetzt auch dann das elfte mal das heißt die haben was gemeinsam die zwei dann das heißt die werden wir erstmal erstmal werden die 200 zeit lang nicht kommen das sage ich jetzt schon in zukunftskarakter und chemiker bitte nicht mehr wünschen weil ich möchte die erst mal ein bisschen was ruhen lassen die zwei karte wir hatten schon so oft im let's play wenn ich hier mal vorlesen kann einfach mal einfach nur um die folgen vorzulesen zukunftskarakter folge 31 67 107 201 231 252 289 335 387 und 421 das ist die kam wirklich schon sehr oft ne und chemiker keine ahnung wie oft kam chemiker schon 28 folge 2 106 130 167 199 228 255 314 396 438 der kam schon wirklich sehr sehr oft und zumal der chemiker auch schon von nicht allzu langer zeit wieder kam der kam glaube ich vorher zur woche oder so kam der glaube ich raus ist auch egal jedenfalls zukunftskarakter was erzähle ich eigentlich zukunftskarakter zukunftskarakter kommt natürlich am mittwoch tschuldigung ich habe mich verlesen mein gott ich kann nicht mal kommentar richtig lesen ich voll forsten schön zieloskarakter kommt natürlich ich denke mal das war schon längst unten zu sehen ich habe sich nur bis jetzt gefahren wie ist denn doof der ist so zieloskarakter egal jedenfalls sorry verlesen gut kommen wir zum donnerstag donnerstag kommt der panzerkommandant mal wieder wir bedienen nämlich direkt wieder nochmal dieser kleinen liste und der panzerkommandant der kam eigentlich schon der kam schon des öfteren in der einzelfolge aber auch nicht am meisten gut wenn ich ihn jetzt spiele wird da was kamen wir bis jetzt am meisten weil ich habe ungefähr sieben mal zenturio zahnranger gebirgsjäger und panzerkommandant gespielt da könnte es halt zum achten mal dran dran also wenn ihr die liste sehen wollt gucken nächste woche irgendwann mitte der woche werde ich hier wahrscheinlich veröffentlichen oder sowas da werde ich auch dann die neuen folgen schon eintragen für die für die sie für die jetzige woche die jetzt kommen wird deswegen ja gut weiter freitag kommt die power kakt hier mal wieder die power kakt hier wir kommen direkt wieder wieder die wochen die planung ist das gläste super ich kann mich immer schon daran bedienen die power kakt hier kam nämlich bis jetzt erst drei mal im let's play vor und zweimal in der kombination daher bin ich froh dass ich immer wieder spielen werde dass ich das jemand gewünscht hat auf jeden fall hammer hammer geil so am samstag sohn der hat angebrochen am samstag werden wir den himmelskämpfer einmal wieder spielen der kam glaube ich auch schon recht oft gar nicht allzu oft der ist dann mit superkommando und fußball hat gleich gezogen die kommen der ist nämlich auch schon zum sechsten mal dran gewesen egal so und dann als allerletztes haben wir dann habe ich mir überlegt für den sonntag werden wir mal die außerirdische blume spielen die sonnen die alle blume die allen sonnen blumen werden wir spielen und die kam auch noch nicht so oft weil doch die kam auch schon recht auf sich gerade von den blumen kommen werden sie dann bis jetzt am allermeisten gekommen zumal die feuerblumen auch schon in kombination total oft kam ist auch egal ja ich würde sagen das war's die wochenplanung steht ich bedanke mich fürs einschalten würde mich freuen wenn auch nächste woche wieder anstattet zur wochenplanung macht's gut bis dann dann tschau bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.